thomas vor allem lehrer trotz vielfältiger sonderaufträge lehren als form geistigen lebens vom anfangenden her denken die meisterschaft des didaktischen handwerkes übersicht über die hauptwerke die opuskula die kommentare die questiones disputate die beiden summen die summa theologica als spiegelung von geschehen mit dem augenblick da thomas 1257 offiziell in den lehrkörper der universität paris aufgenommen wird tritt er in seine endgültige nie mehr verlassene aufgabe ein trotz aller vielfalt der einzelaufgaben mit denen er überhäuft wird und trotz des ständigen wechsels des ortes im grunde ist er die ganze zeit und an jedem orte vor allem eines lehrer nebenher ist er auch organisator des lehrbetriebes gründer von schulen entwerfer und begutachter von lehrplänen auf dem generalkapitel der prediger brüder in valenciennes 1259 ist thomas als junger professor neben albert dem großen ein mitglied der kommission die für den ganzen orden die neue studienordnung festlegt worin unter anderem bestimmt wird dass jede ordensprovinz eine schule der artis liberalis eine schule der freien künste einzurichten habe philosophie antät dennoch ist thomas nicht eigentlich ein organisator des lehrens sondern ein lehrender und das bleibt er bis ans ende von zwei besonderen aufträgen die thomas von außen zugedacht werden und die er hinzu übernimmt mag wegen ihrer ungewöhnlichkeit kurz zwischenein die rede sein der erste dieser aufträge zu tun mit der trennung der ostkirche von rom die seit dem 11 jahrhundert also schon 200 jahre andauerte der neue oströmische kaiser michael palaiologos wollte die wiedervereinigung allerdings vorweg aus politischen gründen dennoch ging der papst urban der vierte der frühere patriarch von jerusalem auf den annäherungsversuch ein aber natürlich bestand er auf eine bereinigung der lehrunterschiede die freilich schien fast unmöglich besonders deswegen weil eine unsinnige polemik die gemeinsamkeiten völlig eingenebelt hatte so dass sie fast in vergessenheit geraten waren hier war eine leidenschaftslose unpolemische loyale großherzige nur um die wahrheit bekümmerte beurteilung der strittigen punkte das einzige das weiterhelfen konnte und es ist diese aufgabe mit der urban der vierte den heiligen thomas betraut er übergibt ihm eine anti griechische streitschrift mit der bitte die wirklichen kontroverspunkte herauszulösen die aufgabe ist für thomas kaum zu bewältigen weil er zum beispiel nur höchst unzulänglich die griechische sprache versteht weil die streitschrift vielerlei gefälschte dokumente verbindet die mit den textkritischen hilfsmitteln des 13 jahrhunderts schlechterdings nicht zu durchschauen waren und so fort dennoch ist die kleine schrift des heiligen thomas wieder die irrtümer der griechen 1263 aus mehreren gründen wichtig in ihr ist zum beispiel das prinzip der wohlwollenden interpretation formuliert und verfochten das heißt eine interpretation die den zu deutenden text solange es eben möglich ist verständlich und annehmbar zu finden sucht es ist in ihr auch die unmöglichkeit beim namen genannt einen gedanken dadurch sinngemäß von einer sprache in die andere zu übertragen dass man wort für wort übersetzt thomas hat so scheint es hier selber trotz seiner mangelhaften griechisch kenntnis erfahren dass übersetzung genau genommen überhaupt etwas unmögliches sei dass der vielgesichtige sachverhalt in jeder sprache auf ihre weise anders und dennoch gleichfalls richtig und wahr ausgesprochen sei es ist kein wunder nun ist mir um so sagte in der einleitung das ist gar nicht anders erwartbar es muss zu unstimmigkeiten kommen wenn so übersetzt wird wird verbe sumato ex verbo das für ein griechisches wort jeweils ein bestimmtes lateinisches wort gebraucht wird man muss vielmehr den wort laut ändern wenn der sinn des gesagten wirklich in die andere sprache hinüber getragen werden soll trotz der unvermeidlichen unzulänglichkeiten dieser schrift ist die wiedervereinigung der griechischen und römischen kirche damals dennoch zustande gekommen wenngleich sie später und zwar schon ziemlich bald wieder aufgelöst worden ist aber auf dem konzil von lyon 1274 wurde die union feierlich beschworen nachdem beim festlichen gottesdienst das evangelium in lateinischer und sprache gesungen worden war albertus magnus war dabei bonaventura war anwesend thomas war eingeladen aber er war auf dem weg zum konzil gestorben der gleiche papst urban der vierte beauftragt thomas und zwar um die gleiche zeit die texte zur liturgischen feier des damals eingeführten fronleichnams festes zu verfassen oder zusammenzustellen lesungen gebete antiphonen hymnen und sequenzen thomas hat den auftrag angenommen und das von ihm zustande gebrachte ist immerhin ungewöhnlich man traut es dem verfasser der nüchternen question es der sommer theologiker kaum zu mag auch die autorschaft an den dichtungen nicht völlig original sein dies trifft für viele dichtungen des 13 jahrhunderts zu es ist erstaunlich thomas sagen zu hören lauda sion salvatorem lauda duzemet pastorem in hymnis et canticis wichtiger ist etwas ganz anderes etwas das allerdings weniger den philosophierenden als den theologen angeht ich möchte es aber doch im vorbeigehen erwähnen es ist völlig zutreffend zu sagen dass im mittelalter eine fortschreitende ablösung der mehr und mehr subjektiven frömmigkeit von den großen objektiven formen des kult mysteriums besonders vom öffentlichen opfer als der mitte des kultes geschehen sei und dass solche subjektiven andachtsformen auch in den eigentlichen kultraum eingedrungen seien man hat mit mehr oder weniger berechtigung auch die einführung des fronleichnams festes als einen schritt auf diesem wege verstanden und damit thomas als den mann der die von der opferfeier abgetrennten formen der eucharistischen frömmigkeit mit begründet und sozusagen eingeführt habe wer dann allerdings den herrenmahl traktat der summa theologica liest wird überrascht sein dort genau das gegenteil gesagt zu finden die opferfeier ist der ort des sakramentes dieses sakrament ist zugleich opfer und sakrament und wer ferner die texte des heiligen thomas zum fronleichnams fest daraufhin durchliest ob in ihnen etwa jene loslösung und abtrennung sich dokumentiere als sei die sakramentliche brotsgestalt mehr zum gezeigt werden und zum angeschaut werden da als zum gegessen werden im vollzug des opfermales der wird von alledem nicht nur nichts bemerken sondern er wird umgekehrt finden dass viele male von summa und edre von der mandukatio von eska und sibus und von der saturatio die rede ist vom essen also vom genuss vom male von der speise von der sättigung und nicht zuletzt von der opferung aufs ganze gesehen noch einmal lebt thomas das leben eines lehrenden und dies mit der ganzen hingabe deren er fähig ist in der summe wieder die heiden in dem ersten großen systematischen entwurf an den er sich wagt findet sich eine schamhafte indirekte hindeutung auf das was er als seine lebensaufgabe als propositum nostre intention ist betrachtet aber sogleich gibt er einem anderen das wort um sich darin zu verbergen um die worte des hilarius zu gebrauchen ich bin mir bewusst es gott schuldig zu sein dies als die vornehmste pflicht meines lebens zu sehen dass all mein sinnen und reden kunde gebe von ihm das ist am anfang der laufbahn gesagt und in der zeit kurz vor seinem tode gesteht thomas nach einem langwährenden ekstatischen außer sich sein dem freunde reginalt er hoffe zu gott dass wenn das lehren und schreiben nun zu ende sei dann auch schnell das ende des lebens kommen werde augustinus hat von sich selbst gesagt er gehöre zu denen die schreiben in dem sie wachsen und wachsen in dem sie schreiben in solch direkter rede hat thomas nie von sich selbst gesprochen augustinus also sagt von sich er sei von natur aus schriftsteller theodor hecker sieht in seiner formulierung geradezu so etwas wie eine definition des schriftstellers ob man wirklich das wesen des heiligen augustines begriffen hat wenn man ihn als schriftsteller versteht das bleibt natürlich zu fragen aber ich glaube wenn man lehren sagt statt schreiben und wenn man von thomas sagt er gehöre zu denen die lehren in dem sie wachsen und wachsen in dem sie lehren dann hat man einen sehr wesentlichen grundzug des heiligen thomas zu fassen bekommen und hierüber nicht über sich selbst aber über das lehren und über den lehrenden hat thomas sehr ausdrücklich gesprochen und es muss an diesem punkte etwas gesagt werden über seine theorie des lehrens das lehren so sagt thomas ist eine der höchsten formen von geistigem leben überhaupt und zwar deswegen weil im lehren weiter kontemplativer und weiter aktiver verknüpft sind nicht in der weise bloß äußerlicher zusammenfügung nicht bloß faktisch sondern in einer natürlichen und notwendigen verbindung der wirklich lehrende gibt eine wahrheit die er zunächst als sie selbst in rein empfangendem hinblicken erfasst hat weiter an menschen die gleichfalls dieser wahrheit inne werden wollen und sollen der lehrende also blickt auf die wahrheit der sachen das ist der kontemplative aspekt des lebens es ist doch der aspekt des schweigens ohne welches das wort des lehrenden herkunftslos wäre gerede, getue, geschwätz, wenn nicht betrug aber der lehrende blickt zugleich in das antlitz lebendiger menschen und er unterzieht sich der methodisch disziplinierten mühevollen arbeit des verdeutlichens, des aufweisens der vermittlung wo diese vermittlung nicht stattfindet da findet Lehren nicht statt es ist also einer umso mehr Lehrer je intensiver und je leidenschaftlicher er diese beiden Bezüge lebt einerseits das Wahrheitsverhältnis die kraftschweigenden Vernehmens von Wirklichkeit andererseits die Bejahung der Hörenden und Lernenden und man kann sagen, dass Thomas in seiner Person tatsächlich beides in einer äußersten Intensität realisiert hat solche Verknüpfung ist keineswegs etwas Selbstverständliches es gibt große Denker und Forscher die nicht die Fähigkeit haben, sich lehrend mitzuteilen vielleicht haben sie auch nicht den Willen dazu Goethe zum Beispiel wiewohl Thomas durchaus verwandt ist in der Haltung selbstloser Wirklichkeitsgewahrung das Auge Licht sein lassen die Objekte rein auffassen die völlige Entäußerung von aller Prätention diese großartigen götischen Formulierungen würde Thomas ganz und gar akzeptiert haben Goethe hat von sich selbst gesagt es sei ihm mehr darum zu tun in das Wesen der Dinge einzudringen als sprechend, überliefernd, lehrend sich zu äußern in einem Brief an Schiller heißt es einmal die Gabe des Lehren sei ihm versagt für Thomas andererseits das ist eigentlich schon klar nach dem was über seine Liebe zum Streitgespräch gesagt worden ist für Thomas ist diese Zuwendung zum Partner, zum Hörer zum Leser und Schüler tief kennzeichnend die beste Kraft und die längste Zeit seines Lebens hat er nicht auf ein Werk der Forschung verwandt sondern auf ein Lehrbuch für Anfänger das allerdings zugleich die Frucht tiefster Versenkung in die Wahrheit ist die Summa Theologica will ausdrücklich Anfänger Lehrbuch sein wenn wir nicht wüssten, dass Thomas wenig Sinn für das Ironische gehabt hat dann könnte man in der Tat die Vorrede zu Summa Theologica für akuteste sokratische Ironie halten dort nämlich heißt es dem Sinne nach etwa so gelehrte Bücher für Fortgeschrittene gibt es genug aber es fehlt eine Gesamtüberschau für die Anfangenden ad eruditionem incipientium ich meine dies kennzeichnet genau den Lehrer dass er sich die Mühe macht dass es ihm aber auch gelingt und gerät vom Anfangenden her aus der inneren Situation der erstmaligen Begegnung mit dem Gegenstand zu denken nicht bloß zu sprechen hier steckt etwas das über den Bereich des Methodischen des Didaktischen der Pädagogischen Kunstfertigkeit durchaus hinausgeht besser gesagt hier verbindet sich die methodische Kunstfertigkeit die man lernen kann mit etwas anderem das man wohl nicht eigentlich erlernen kann dies andere kann wohl nur zutreffend benannt werden wenn man sagt es sei eine Frucht der Liebe eben der liebenden Zuwendung zum Lernenden der liebenden Identifizierung des Lehrenden mit dem Anfangenden so wie das wahre Lernen wenn es mit glücklichen Dingen zugeht mehr ist als die bloße Aneignung von Stoff nämlich das Hineinwachsen in eine geistige Wirklichkeit die der Lernende rein intellektuell betrachtet noch gar nicht fassen kann die ihm aber dennoch zugänglich und betretbar wird aufgrund der unkritisch glaubenden Verbundenheit mit dem Lehrenden so auch genauso wird dem Lehrenden selber sofern er es zustande bringt sich liebend mit dem Anfangenden zu identifizieren etwas zu Teil das dem reifen Menschen natürlicherweise versagt bleibt es wird ihm nämlich zu Teil dass er die Wirklichkeit wie der Anfangende zu sehen vermag mit der ganzen Unbefangenheit einer ersten Begegnung und zugleich mit der ausgereiften Erfassungs- und Durchdringungskraft des gebildeten Geistes diese Frucht der Liebe ist Thomas in hohem Maße zu Teil geworden und ich meine die Frische der Aussage und die klassische Einfalt der Diktion wie sie in seinem Anfängerlehrbuch anzutreffen sind erklären sich eben hierdurch Allerdings hat Thomas die Liebe des wahrhaft Lehrenden mit der meisterlichen Beherrschung des didaktischen Handwerks verknüpft Über einige Grundsätze dieses Handwerks hat Thomas sich in eben der Vorrede zu Summa Theologica ausdrücklich geäußert zum Beispiel müsse so heißt es bei Thomas der Ekel vermieden werden den das allzu gewohnte und die ständige Wiederholung desgleichen erzeugten Dies aber heißt beleibe nicht dass also der Lehrende den Gegenstand auf beliebige Weise interessant machen solle damit der Lernende es leichter habe sondern es handelt sich um Folgendes Alles tiefer dringende Erkennen nicht nur das Philosophieren beginnt mit dem Erstaunen Wenn das wahr ist dann kommt alles darauf an dass der Lernende dahin geführt wird an dem zur Rede stehenden Gegenstand diesen Charakter des Erstaunlichen des Mirandum des Neuen überhaupt wahrzunehmen Wenn dies gelingt dann ist mehr getan und auch etwas anderes als die Wissenschaft unterhaltsam und interessant zu machen Vielmehr ist der Lernende wirklich auf den Weg gebracht worden auf den Weg des echten Fragens das jedes wahre Lernen befeuert Es ist anders formuliert dem Lernenden aufgegangen dass das Eigentliche immer unselbstverständlich ist verwunderlich und staunenerregend tiefer als es dem Alltagsverstand scheint Hierauf also zielt Thomas Und so wird man, denke ich den Bericht der Zeitgenossen zu verstehen haben Thomas habe durch die Neuheit seines Lehrens die Studenten der Universität Paris hingerissen Neue Artikuli eine neue Weise des Antwortens neue Argumente so heißt es in der ersten Biografie Hier ist keine Anfälligkeit für das jeweils Mudische im Spiel sondern die Überzeugung des großen Lehrers dass die Wahrheit nicht anders gegenwärtig zu halten sei als in einer lebendigen Sprache die das längst Erkannte und Gedachte immer wieder neu ergreift und prägt Inmitten der ungeheuren Beanspruchung durch die mit ganzer Kraft ergriffene Lehraufgabe wozu noch die ständige Behelligung durch Anfragen der vielfältigsten Art hinzubedacht werden muss hat Thomas seine großen systematischen Werke geschrieben Einige davon sind der mehr oder weniger unmittelbare Niederschlag der Lehrtätigkeit selbst aber gerade für die größten systematischen Werke für die Summa Theologica und für die Summa Contragentes trifft das nicht zu Man kann sich diese schon rein physisch imponierende Leistung wohl nur so erklären dass Thomas in dem lärmenden Gewoge vor allem der Pariser Auseinandersetzungen zwar körperlich anwesend ist dass er aber in Wahrheit in einer inneren Klausur lebt in einer völligen und unversehrbaren Unbefangenheit des Herzens angesichts des Totum der Wirklichkeit dass er in einem die innerste Zelle seiner Seele erfüllenden Schweigen einfach den vordergründig polemischen Lärm überhört über ihn hinaus gehört haben muss auf etwas ganz anderes auf das eigentlich Wichtige Man darf vielleicht sagen dass in dieser Unstörbarkeit mehreres zusammengekommen ist und sich verbündet hat eine im engeren Sinne mystische Entrückbarkeit die Fähigkeit sich von einem Gegenstand völlig hinnehmen zu lassen Einmal beim nächtlichen Diktieren bemerkt er einfach nicht dass die Kerze in seiner Hand niedergebrannt ist und seine Finger versenkt und schließlich auch die durch Willenzucht erworbene Konzentration die ihm etwa erlaubt drei bis vier Schreibern gleichzeitig zu diktieren verschiedene Texte natürlich auf solche Weise und unter solchen Bedingungen also ist in diesen nicht ganz 50 Jahre währenden Leben das riesige Werk entstanden das in den Druckausgaben 30 Folio-Bände umfasst Die Frage welches denn nun die Hauptwerke seien ist nicht leicht zu beantworten es kommt darauf an was man unter Hauptwerk versteht man wird wohl am wenigsten darauf verfallen die Opuskula Hauptwerke zu nennen aber wenn mit diesem Namen die Werke gemeint sind die am stärksten auf die Zeit gewirkt haben dann könnten durchaus die Streitschriften sowohl in die für die Armutsbewegung wie die gegen die Averroisten genannt werden in jedem Falle gibt es unter den Opuskula höchstgewichtige Äußerungen zum Beispiel die Schrift über die politische Herrschaft und De Ente et Essentia Mehr Recht könnte man die Hauptwerke des heiligen Thomas unter den großen Kommentaren vermuten die er geschrieben hat vor allem natürlich sind die zwölf Aristoteles-Kommentare zu nennen sämtlich in den letzten acht Lebensjahren diese Kommentare sind das Dokument der Aristoteles-Rezeption die das geistige Gesicht des Abendlandes verwandelt hat übrigens hat Thomas auch Schriftkommentare geschrieben zum Buche Hiob zu den Psalmen zu Jesaja zu Jeremias zu Matthäus und Johannes zu den Paulusbriefen obwohl sich in diesen Kommentaren so unvergleichliche Stücke finden wie die Erläuterung zum Johannesprolog im Anfang war das Wort die mit Fug die großartigste Formulierung der Logoslehre heißen kann die in der abendländischen Theologie anzutreffen ist dennoch würde ich mit allem Respekt die Meinung verteidigen dass sich in diesen Werken des heiligen Thomas die Schwäche der scholastischen Dialektik zeigt die biblischen Texte sind größtenteils geschichtliche Äußerungen die sich nicht biologisch-systematische Abhandlungen auf die Form eines Syllogismus bringen lassen wir tragen es schwer die 14 Briefe des heiligen Paulus als einen klar disponierten Zusammenhang von Thesen erläutert zu finden die miteinander nicht etwa geschichtlich sondern logisch verknüpft seien von den Questiones Disputate und den Questiones Quod Libitalis ist schon kurz die Rede gewesen sie machen keinen geringen Teil des Gesamtwerkes aus in den lateinischen Ausgaben ansporen sie 1600 eng bedruckte Seiten und wenn man unter einem Hauptwerk ein Werk versteht in welchem die Forschungsthematik eines Denkers am ausführlichsten zur Darstellung gelangt dann müssen die Questiones Disputate mit ihren 20 bis 30 Argumenten in jedem Artikulus unbedingt genannt werden man hat eine Zeit lang den Blick viel zu sehr auf die Summa Theologica eingeengt was dann zu einem sozusagen klassizistischen Thomas-Bilde geführt hat in den Questiones Disputate hingegen tritt der Problematiker Thomas vor uns hin hier sind die Questiones wirkliche Fragen Verlegenheiten Aporien die Questiones Disputate gehen oft genug so zu Ende wie die platonischen Dialoge sie machen ausdrücklich keinen Anspruch auf eine rundumfassende Antwort sondern sie öffnen dem weiteren Suchen den Weg ins Unendliche so schließt etwa in der ersten Artikel der Questiones Disputate De Veritate der die Frage erörtert was ist Wahrheit es wird keine Definition gegeben vielmehr werden mehrere Kennzeichnungen genannt die aber keineswegs glatt zusammenzudenken sind keine wird als alleingültig anerkannt keine wird schlechthin ausgeschlossen die Bahn tut sich auf ins Unabsehbare genauer gesagt ins Unergründliche ins Mysterium Chenu sagt die späteren Disputationen des Metaphysike des spanischen Jesuiten Suárez hätten nur noch den Namen gemeinsam mit den Questiones Disputate des 13. Jahrhunderts die ursprüngliche Bedeutung von Questio Frage wird durch die spätere Scholastik so sehr unkenntlich gemacht dass etwa Descartes sich mit dem Titel seiner Meditationen ausdrücklich dagegen verwahrt etwa Questione schreiben zu wollen zu den interessantesten ja amüsantesten Schriften des heiligen Thomas gehören die Questiones Quodlibertales der Niederschlag der freien Diskussionen die Thomas an der Universität zu veranstalten liebt und in denen das zur Sprache gebracht ist was die Zeit bewegt von den Fragen nach der Struktur des Universums nach der Verpflichtungskraft des irrigen Gewissens nach der Erlaubtheit des gleichzeitigen Besitzes mehrer Pfründen nach dem Recht zur öffentlichen Kritik bis zu der wahrscheinlich mutwellig gestellten übrigens schon biblischen Frage wer stärker sei der Wein der König die Frau oder die Wahrheit zum Schluss noch ein Wort über die beiden Summen die Summa Contragentes und die Summa Theologica beide sind Gesamtdarstellungen und schon um dessen Willen darf man sie Hauptwerke nennen die Summe wieder die Heiden ist trotz des Titels gerade kein polemisches Werk das ist das Neue an ihr es handelt sich nicht mehr um Kreuzzug sondern um Begegnung natürlich ist es Thomas um den Weis der christlichen Wahrheit zu tun und also um die Widerlegung der Mahometiste Pagani an die er sich wendet aber es ist auf eine Widerlegung in der Weise des Streitgesprächs abgesehen in welchem die gegnerische Position mit ihren stärksten Argumenten gerade mit ihnen zu Worte gebracht wird noch etwas anderes ist charakteristisch für diese erste Summe des heiligen Thomas die er zwischen dem 34. und 38. Lebensjahr schreibt auf die Heilige Schrift so sagt er kann ich mich nicht berufen weder auf die des Alten Testamentes wie im Gespräch mit den Juden noch auf die des Neuen Testamentes wie im Gespräch mit den Heretikern es ist also notwendig zurückzugehen auf die natürliche Vernunft welche alle zuzustimmen genötigt sind welche jedoch in den göttlichen Dingen versagt und dann spricht er als warne er sich selbst von der Presumtio Comprendendi et Demonstrandi von der Vermessenheit des Begreifen und Beweisen Wollens dennoch packt er die Riesenaufgabe an in eine Haltung die man vielleicht als tapfere Resignation der Ratio bezeichnen kann die Summa Theologica endlich ist das Werk an welchem Thomas sieben Jahre seines Lebens bis in das letzte hinein nicht freilich bis zum Tode gearbeitet und dass er dennoch unvollendet zurückgelassen hat sie ist das Opus Magnum schon der Torso enthält 3000 Artikel der Vergleich mit den gotischen Kathedralen ist allzu oft angeführt worden als dass er noch ergiebig erscheinen könnte wer allerdings Chartre nicht bloß als ein Stück Architektur versteht sondern als den Versuch das Mysterium Christi als des Befreiers der Schöpfung bauliche Gestalt werden zu lassen der wird den Vergleich der Summa mit der Kathedrale dennoch nicht von Anfang an abweisen auch die Summa des heiligen Thomas macht in ihrer kühnen und übrigens völlig originalen Architektur den Versuch einen die Struktur des Wirklichkeits ganzen spiegelnden Gedanken adäquat auszusprechen Die Wirklichkeit das ist im Grunde nicht statischer Bestand sondern Geschehen Dynamik genauer gesagt Geschichte das heißt geistgewicktes aus Freiheit erfließendes Geschehen Das Problematische an jeder systematischen Gesamtschau liegt natürlicherweise in der Gefahr dass dieser Geschichtscharakter des Wirklichen durch das organisierte Gefüge von Begriffen und Thesen zum Verschwinden gebracht werden könnte Das Geniale andererseits der Summa Theologica des heiligen Thomas liegt genau in diesen Punkte Sie bringt es zustande Geschichte und System zu verknüpfen die Erfassung des Geschehens Charakters der Wirklichkeit im Ordnungsgefüge der Gedanken zu vollziehen Will man den Aufbau der Summe adäquat wiedergeben dann kann man eigentlich nicht wie in einer Disposition die Titel ihrer drei Teile untereinander schreiben man müsste sie in Gestalt einer Kreislinie anordnen eines in sich zurücklaufenden Ringes des Hervorströmen der Wirklichkeit aus dem göttlichen Ursprung das schon mit der allerersten Regung natürlicherweise auf dem Wege der Rückkehr zu dem gleichen Ursprung ist wobei der mit der Schöpfung in Christus einst gewordene Schöpfer selber als der Weg dieser Rückkehr sich zeigt Thomas selbst hat das ganz früh schon im ersten Buch seines Sentenzen Kommentars als 28 Jähriger ausgesprochen im Hervorgang der Kreaturen aus ihrem ersten Ursprung zeigt sich eine Art Kreislauf in dem nämlich alle Dinge als zu ihrem Ende eben dorthin zurückkehren von woher sie im Anfang ihren Ausgang genommen haben zu